Geh mal durch was an B.O.W. Scheiße ist und was gut ist. Bitte was? Geh mal durch was an B.O.W. Scheiße ist und was gut ist. Okay, was zuerst? Gut oder schlecht? Ich schreib mit. Wo ist die Liste? Ich hab eine Liste mit welchen Liedern wir mal mitspielen. Hm, da ist sie ja. Okay. Bräunen Stift. Ich hab denselben Stift wieder. Du gehst nie weg Stift. Ich liebe dich. Okay, Moment, willst du anfangen? Gut oder schlecht? Egal. Tal für schlecht, Kopf für gut. Tal. Also schlecht? Also schlecht. Hm, was ist schlecht? Es wird schnell Fahrt ohne Freunde. Mööö, das auf alle Fälle. Ohne... ...Friends. Ähm... Was? Server ist voll. Gerne als Konzentration. Ja, ähm... Naja... Wir kommen gleich dazu mit dem Ganzen. Das alles irgendwie ja mit dem Fliegen. Im... Alles. Anders. Alles anders, ja. Alles anders, ja. Ähm... Fliegen. Ach so. Und das halt weißt eh... Vollkommen unnötig ein untoter Paladin ist und dieser ganze Misthau. Ja, unnötige Klassen, das ist aber auch nur wichtig. Das finde ich irgendwie dumm. Ähm... Goblin Schamane auf einmal. Egal. Wirklich. Ja, genau. Da kommt's ja gleich mit dem Wagen und den... Wagen? Nein. Wagen. Wagen. Und den Goblins, das ist ja auch schon mal... Ja, okay. Goblins habe ich eigentlich nichts, aber die Wagen... Ja, aber die finde ich... Ja, sie sind komisch, aber du musst ja keinen spielen. Das können wir nicht als Punkt sehen, weil ich finde sie cool. Nein, sie schauen ein bisschen dumm aus, aber... Ich weiß nicht, wie sind PvP, sind jetzt die Schurken immer noch so scheiße? Nein, wir wurden extrem genervt, ich habe mich schon schlau gemacht. Und ja, und dann Jäger mit Fokus und nicht mit Mana. Ist das jetzt schlecht oder ist das gut? Weiß ich nicht, das habe ich mir auch gerade überlegt, als ich genau in dem Moment, wie ich den Satz gesagt habe, war ich mir nicht sicher, sie sind schlecht oder gut. Okay, belassen wir den Punkt nochmal. Hm. Hm. Oh Gott. Das coole ist, ich nehme das jetzt gerade alles auf und ich sterbe in Call of Duty gerade wie eine Sau. Weil ich gerade Free For All spiele und das kann ich gar nicht. Ja, das kann ich sogar ziemlich gut. Ja, du hörst das Internet, ich kann Code und WoW spielen, du Pitch. Hoppla. Ähm. Nein, 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 nein. Das ist noch schlecht. Oh, je, je. Ähm. Ja, die Musik, das hat man ja schon. Ja, das gefällt uns auch alles anders. Okay. Ich glaube, das ist das grundlegendste Problem, würde ich mal sagen. Ja, für mich auf alle Fälle. Ich möchte alte Elven Forest Musik wieder haben. Ich habe sie jetzt übrigens am Handy. Verdammte Scheiße. Ich habe jetzt auch einen Merlock am Handy. Ja. Aber ich brauche es von behind. Stay original. Okay, was ist gut an dem Spiel? Wir kennens. Es macht Fun, wenn man zu... Wenn man zu... Ich behaupte, dass wir es jetzt nicht mehr kennen. Ja, aber wir kennens... Wir kennen den Stil. Also, wie man spielt so. Also, das meinst du ja okay, aber das ist... Heutzutage... Wie man halt weiterkommt. So schwer. Ach, du heilige Scheiße. Es macht Fun, wenn man Freunde hat. Ja. Oh, ich habe keine Freunde. Nein. Man kann coolen Scheiß ausprobieren. Neuen. Man kann coolen... Neuen Scheiß ausprobieren. Bitte. Ich schreibe wirklich auf. Ey, ich schicke dir die Liste, wenn du willst. Oh, ich weiß nicht. Ach Gott. Ich glaube, ich sollte ein... Wenn wir drüber reden, ein anderes Spiel spielt, das kann auf dir und dir aber egal. Ja, spiel Planes versus Zombies oder irgendwas. So ein Schatz. Sie verlieren. Danke für diese gute... OI! Oh, ich bin so schlecht. Okay, weiter im Text. Damit ich ja nur mich darauf ausreden kann, dass ich die ganze Zeit geredet habe. Wir könnten, wenn wir anfangen, das erste Mal in unserem ganzen Leben zusammenleveln. Nein, wir sind jetzt sofort... Ah ja, fünf Level steht ja richtig. Das ist dein erst. Wir könnten das erste Mal zusammenleveln. Wir zockten jahrelang WoW und haben nie miteinander gespielt. Das ist aber geil. Also Schicks macht gar nicht mehr Spaß und außerdem könnte ich dann auch als eine andere Klasse re-rollen. Ich weiß nicht, so Warlock oder so, aber da brauchts gehen, das ist was anderes. Normaler. Hm? Wir haben die Grafik verbessert. Ja, stimmt. Das ist auch mal ein Schluss. Aber nicht um einiges, sondern ein bisschen was. Die neuen Gebiete... Ja, aber man erkennt jetzt Gesichter. Ah ja, voll! Pandas! Ja, okay, das ist scheiße. Ich weiß eh! Ah, weil das... das geht eh eh eh... N-n-n-n. Die Gebiete finde ich cool. Mit diesen... asiatischen Scheißbrunnen da! Und das ist der Bambus Team, das macht immer... shhhhh... Boom! Was? Boom! Das D-d ist das Bambus-Rädel und das sich mit Wasser füllt und dann kippt. Achso, ja, ja, stimmt, 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 das ist ein Trailer, oder was? Das aus Tiergarten Schönbrunn geht auch. Nein, Tiergarten Schönbrunn ist zu Mainstream, das kennt ihr. Und Mr. Pantaria kennen nur circa 13 Millionen Leute, ist überhaupt nicht Mainstream. Nein, hallo, seit wann ist BMW? Oh Gott, mein Computer ruckelt, wieso ruckelt er so? Wir könnten direkt ins Spiel einsteigen, also wir müssten nicht irgendwie von neu anfangen. Das ist wahr. Ihr seid kein saugscheiß Label mit Arschloch Equipment. Immer werde ich erschossen, ich bin so schlecht. Danke, das ist aus. Zählt die Rolle der Auferstehung als guter Punkt? Das fällt unter Zusammen-Level. Und du meinst? Ja, ich will ja nicht zu unfair sein. Ich will das ja komplett ernst machen. Achso, okay. Was auch noch gut an dem Spiel ist, wir haben was zu tun während der Sommerferie. Das ist nicht, vergiss nicht, wir haben noch ein Projekt zu tätigen. Oh shit! Oh shit! Wo sind meine Grafiken? Egal, ich teig dir dann alles, was ich meine, gell? Egal. Okay, fällt uns noch was ein. Sowohl gut und schlecht. Scheißegal. Schlecht, du könntest nicht raiden wegen Schule. Ja, außer bist mir da sowieso zu zeitaufwendig. Ja, ich würde das halt für dich raiden. So viel Zeit habe ich nicht bei meinem Leben. Ach, ich komme rein, das ist eine Moab. Ist das ein scheiß Ernst? Ich bin unter der Erde, ich will ja nichts sagen, aber ich bin unter der Erde. Naja. Dann litsch dich weg. Oder ist das ein Hacker? Es ist schon wieder ein Hacker. Mr. Penis, danke dafür. Aber er tötet mich nicht. Aber er tötet mich nicht. Bist du dapper? Mit ner Barret-Dauerschuss 1023 Schuss? Warte, wie tut man dann reporten? Ich weiß, dass ich so richtig gehe. Woher sollte ich's da ein bisschen? Wieso hast du eigentlich MB3? Gekauft. B wird gesichert. Möbel? Ja, auf einmal so. Was hast du zahlt? Ähm... 30 für euch. Ist schon so viel, ist natürlich auch. Dann werde ich mich vielleicht auch überlegen. Aber davor kommt die O.G. Ja, was dafür spricht, ist, dass du dir... Ähm... Keketekism kaufen musst. Boah, keiner durch uns. Das heißt, ich kann mir wirklich Lastschriften schreiben lassen. Weißt du, wie geil das ist? Das heißt, ich kann über's Konto gehen. Das heißt, ich hab da nicht nur noch 350 Euro im Monat. Was noch für WoW spricht, es ist und bleibt WoW. Das... Mit Sinking-Spielerzahlen, die jetzt wieder konstant sind. Ja, jetzt haben sie es gerade noch so krähtet, Alter. Was ich da so erlebt hab. Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 dagegen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dafür. Was? Kein Scheiß, ich kann die Liste zeigen, Mann. Weißt du, was schlecht wäre, wenn wir auf einem PvP-Server rerollen würden? Die können ja überall rumfliegen, die High-Level-Typen. Die könnten uns töten, was sie wollen. Hm. Das werden wir, glaube ich, auslassen. Also, kein PvP-Server. Scheiße, das heißt, ich kann nicht auf Frostwall spielen. Aber das tippt. Das tippt. Aber da gibt's... Wie heißt dieser größte Allianz-Server? Ähm, keine Ahnung. Naja, scheißegal. War es nicht irgendwas mit M? Hm, hm. Es ist nicht der Mildre-Lorn. Ha! Ah! Falsch, den überhaupt gibt. Den gibt's. Ah, den habe ich nicht gesehen. Ich bin so blick. Das war der schirrste Kill meines Lebens. Ah, mein Computer rücken kann. Ich werde das nicht schön aufnehmen oder was? Druck, dass mein Computer... Auf... Ja, okay. Bernhard, weißt du was... Wir könnten's einfach einen Monat lang probieren in den Sommerferien und dann... überlegen uns, ob wir weitermachen oder ob wir doch scheißen. Ist das ok? Das können wir machen. Au. Ok, pass. Dann machen wir das so, schauen Sie uns an, wenn es fahren macht, dann spielen wir und wenn es keinen fahren macht, dann scheiß wir einfach drauf. Ich will wissen, dass es scheiße ist, aber gut. Au. Au. Scheiß Gummi-Zeug von Haribo. Wer wird gesichert? Es ruckelt und ruckelt. Ich bin tot. Ach Gott, das ist ja unspielbar, wenn ich mir das nachnehme. Dann hör auf auf zu gehen. Da ist wohl was wahres dran. Ich sterbe aber... Na? Na ja. Dann hören wir heute mal aus.